Servus, wer mich noch nicht kennt, Jimmy Gerom von Leuchtturm ARD. Ja, wir wissen alle, die Leitmedien sind der Schlüssel. Wollt ihr den totalen Frieden? Das hat gerade mir einer geschrieben und das ist genau das richtige Motto, denn wir sprechen hier von Weltgeschichte. Wir sprechen hier vom genauen Gegenteil von dem, was wir seit Jahrzehnten und seit Jahrhunderten erleben. Wir sprechen davon, dass wir die 99%, dass wir die Bevölkerung, dass wir die Beitragszahler, dass wir einen Hebel haben, einen Hebel haben, eine Welt komplett zu verändern, weil wir wissen, dass wir in einer Welt der Desinformation leben. Und wenn wir das nicht wissen, dann haben wir da unsere Webseite leuchtturmard.de. Da ist die Desinformation dokumentiert. Also wenn wir wissen, in was für einer Welt wir leben und wenn wir sie ändern wollen, dann brauchen wir Hebel. Und leuchtturmard.de ist ein Hebel. Kommt auf unsere Webseite, schaut es euch an. Wir haben einen legalen und risikofreien Weg, wie wir mit sofortigem Zahlungsstopp für eine desinformierte Welt eine neue Welt schaffen können. Das ist unsere Chance und die hat einen engen Zeitplan. Wir haben jetzt den Sommer der Entscheidung. Und wir wollen keinen dritten Herbst, der grundgesetzwidrige Gesetze und ähnliche Anstalten in Berlin uns zumutet. Also wir haben hier einen Hebel. Schaut euch das an. Sofortiger Zahlungsstopp. Das einzige Risiko ist ein bisschen Mahngebühr. Wir haben uns konzentriert. Statt vier Schritte für den Frieden machen wir jetzt einen Schritt, um Weltgeschichte zu schreiben. Aber wir müssen Millionen werden. Wir müssen viele werden, die aufstehen für eine ehrliche Zukunft. Wir machen das für unsere Kinder. Und jeder kann dabei sein. Und das Wichtigste ist, wir müssen es verbreiten. Wir brauchen ein exponentielles Wachstum, damit gewisse Leute hier verstehen, dass wir die 99 Prozent sind und dass wir wissen, dass wir die 99 Prozent sind. Macht mit! Hier ist das Erste Deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Heute im Studio M maioria mit Lauder. Mh, Mh. Mh. Der hat ist das Erste Kad Tai. Vielen Dank.